Alexej Vondarenko aus Russland Auch er, ein Schritt nach hinten Also gewöhnen wir uns schon mal dran, dass hier jeder so unter den Dreifachsalto präsentiert Das ist unglaublich Sie sehen, wie er versucht hat, diesen Sprung auch genau in den Stand zu bringen Herr Schön hat die Beine nicht allzu weit geöffnet, er streckt hier schon relativ früh Aber einen Tick zu früh und musste dadurch auch einen Schritt zurückgehen Das heißt, er hat an sich die Übersicht Sehr interessant, diesen Zusammenhang der Turner, der einen solchen Sprung zeigen will Muss also auf eine Geschwindigkeit von 8,5 Metern pro Sekunde kommen Das entspricht bei einem 100 Meter Lauf eine Zeit unter 11 Und diese Geschwindigkeit erreicht allerdings innerhalb von 25 Metern Und er muss die Kraft haben, auch eben diese Geschwindigkeit vom Laufen Halt in den Sprung hineinzubringen Das heißt also, ohne dass er eine Hüfte wegbricht Das sind also gewaltige Kräfte, die auf den Turner hier einwirken Zweiter Sprung von Alexej Vondarenko Das ist sicherlich gleich in der Zeitlupe Sie sehen, er macht eine Radbühne in diesem Sprungfinale Und er hat bis jetzt noch sehr gute Chancen Ja, wenn man jetzt mal guckt, diese technischen Unterschiede Er greift ganz weit vorne über dem Pferd Ganz weit vorne Während die anderen doch beim ersten Teil des Pferdes aufgreifen Springt auch weit über die Matte hinweg Ist die erste Flugphase wahrscheinlich schon zu lang Richtig Günstiger ist es natürlich schon Man greift vorne am Pferd Nicht so weit hinten Dadurch verkürzt sich die Flugphase vom Absprung des Pferdes Bis zur ersten Handführung zum Pferd Je kürzer dieser Kontakt ist Je besser eigentlich auch der Sprung Aber auf der anderen Seite wird ja auch die Weite beim Pferdsprung gemessen Da gibt es Unifikation für Richtig Also wenn der Sprung Je weiter der Sprung ist Umso mehr Gutpunkte kann man dadurch auch erreichen Also bisher noch Sergej Fedorschenko vorne Mit zwei geglückten Versuchen muss man sagen 9,581 Punkte in der Addition Auch der zweite Sprung Schon ein bisschen schwieriger Aber von der Ausführung also nicht gerade elegant gewesen Sehen also er hatte schon eigentlich deutliche Haltungsfehler Hier die Radwände auf das Brett Dann kommt ein sogenannter Flickflack Ohne Drehung Und hier ist es also schwer abzuschätzen Sollte das jetzt so gestreckt sein oder gehockt In diesem Falle müsste man eigentlich zugunsten des Turners sagen Gut es war ein gestreckter Sprung Aber mit gehocktem Bein Sechste Platz für ihn mit 8,956 Punkten Yunfeng Xiao aus China Und damit haben wir Gewissheit Dass René Czernicek leider nicht Für diesen Finale antreten konnte Dann hat er gehofft ihn noch bis Sonntag fit zu bekommen Da war die Verletzung wohl doch schwieriger als erwartet und problematischer Gesundheit geht vor So soll das sein Rücken wir ihm von hier aus die Daumen Sobald er auf die Beine kommt Und verfolgen wir Yunfeng Xiao Bei seinem ersten Sprung Wunderschön, wunderschön hoch Vor allem der erste Turner Der auch die Knie einigermaßen zusammen hatte Aber auch er Hat den Doppelsaal zu früh geöffnet Das konnte er so nicht stehen Hier sieht man es immer sehr schön Knie geschlossen Wie schnell er dreht War jetzt Viel zu früh geöffnet Und er sitzt natürlich So rein technisch war das eigentlich der beste Sprung Aber Es gehört leider auch noch der Stand dazu Aufmunterndes klatschen für ihn Also die Der Sprung ist wirklich Superschwer zu stehen Es ist schon ein hohes Risiko Was die Turner da eingehen Und er assaultt ihn Die Der zweite Sprung ist nicht geglückt. Sie hat der Kasamatsu mit Zusatzwerstschraube. Er muss ja ganz tief in die Knie gehen. Das ist der neue Weltmeister, Sergej Fedorchenko. Vierter war im vergangenen Jahr in San Juan bei der Einzelweltmeisterschaft. Heute Sprung ganz nach vorne. Der vierte Platz für den Chinesen mit 9,325 Punkten. Der vierte Platz für den Chinesen mit 9,375 Punkten. Der vierte Platz für den Chinesen mit 9,325 Punkten.